Meine sehr geehrten Damen und Herren, ist es nicht so, wie ich es ganz in der Einleitung heute Morgen gesagt habe. Wir sehen mit unseren Augen vieles und unser Vormittagsblock ist ein bisschen geprägt von Veränderung und vieles von dem, was wir sehen, prägt uns halt auch und wir verändern uns selber. Diese zwei Bilder, die ich hier an die Wand werfe, wurden vor wenigen Tagen mit JGPD erstellt und ich habe eine Frage gestellt und habe gebeten, das System, es möge mir doch einen Bauernhof, einen Milchbauernhof zeichnen in Österreich und das Gleiche habe ich auch gefragt für die Vereinigten Staaten von Amerika. Und Sie sehen, dass die Bilder völlig unterschiedlich sind, was im Grunde der Beweis dafür ist, dass wir als Gesellschaften völlig unterschiedlich uns wahrnehmen oder unsere Umgebung wahrnehmen oder wir denken und dicken halt anders. Aber es ist fachlich schon so, dass wir, was wir sehen, wir sehen, was wir sind und wir sind, was wir sehen. Also es ist ein bisschen eine selbsterfüllende Prophezeiung, die wir am Ende des Tages auch Entwicklung nennen können. Tatsache ist natürlich, dass diese Bilder nicht nur so dastehen, sondern dass solche Bilder auch immer am Ende auch eine Entwicklung einleiten. Und diese Entwicklungen werden dann Regeln und sie werden Haltungen und sie folgen der Macht der Bilder. Und dieselbe Methodik, die ich angewandt habe, kann man natürlich auch nutzen, um eine Frage zu stellen. Dann gibt es halt kein Bild, sondern eine Antwort. Ob wir denn nun Milchkühe halten sollten, habe ich im selben Augenblick gefragt. Und das System JGPD sagt uns dann, dass wir vier Dinge berücksichtigen sollten. Es ist schon eine sehr gute Idee, denn es ist ein Wirtschaftszweig, der Lebensunterhalt für Bäuerinnen und Bauern oder für die bäuerlichen Familien sind. Auch braucht man Lebensmittel natürlich für ein Volk. Man möge aber die Marktbedingungen berücksichtigen. Und dann kommt natürlich sofort hinten nach die, wie ich das nenne, die Dreifaltigkeit, die heilige Dreifaltigkeit der Kritik sozusagen an der Nutzerhaltung, nämlich die Ethik, die Ökologie und die Gesundheit aus der Sicht der menschlichen Ernährung. Die Ethik, wir haben natürlich die Tierwohl-Debatte geführt. Wir haben im Bereich der Ernährung, die führen wir sehr selten hier in diesem Kreis. Ich glaube, wir sollten sie auch öfters führen, wie das, was wir produzieren. Was macht das mit unserem Volk? Und in der Ökologie, und Georg Derler hat ja gesagt, er hat Umweltbewertung gemacht, dort bin ich natürlich hängen geblieben. Die gute Nachricht, die ich Ihnen geben kann zu diesem Bild ist, ich habe auch gefragt, ob wir Autos bauen sollen. Und die Antwort ist ja ähnlich ausgefallen. Also das ist auch eine gute Idee, wenn man das hat. Der Unterschied ist vielleicht der, dass die Antwort dort sehr stark geprägt war von der Hoffnung auf Innovationen. Also so alles wird, es ist zwar nicht gut, aber alles wird gut. Und dass diese Haltung natürlich schon exemplarische Regeln nachfolgen, die wir erfüllen müssen in Zukunft, möchte ich Ihnen an zwei Beispielen zeigen. Das erste Beispiel ist, wir müssen oder wir werden alle nationale Energie- und Klimapläne erlassen in Europa. Das ist der gemeinsame Wille. Österreich ist etwas säumig im Augenblick. Und uns in der Landwirtschaft betrifft es insofern, dass wir, Sie sehen das hier in Rot, 22 Prozent weniger reduzieren oder weniger Emissionen haben sollten im Treibhausgasbereich bis 2030. Ich glaube oder ich nehme wahr, dass dieser eher politische Akt gerade überholt wird von einem marktwirtschaftlichen Akt. Die Richtlinie des Europäischen Rates zur Nachhaltigkeitsberichterstattung für Unternehmen ist so dicht in der Zwischenzeit, dass also den Unternehmen bei uns, das wären in diesem Fall die Molkereien, aber auch große andere lebensmittelfahrwenden Betriebe, gar nichts übrig bleibt, als wie bald oder schon morgen in Wirklichkeit zu nennen, welche Emissionen die Landwirtschaft in Österreich hervorbringt. Wir sind jetzt immer noch im Treibhausgasbereich natürlich. Dort liegt der große Fokus jetzt im europäischen Kontext. Aber es bleibt uns nichts übrig. Es wird nicht übrig bleiben, dass wir hier am Ende hin dieses mittlere Glied mit Informationen aus der Landwirtschaft versorgen. Wir nennen das Scope 3 Emissionen sozusagen. Die Molkerei wird das dann noch ergänzen durch ihre eigenen Emissionen. Das nennt man Scope 1 aus der Sicht der Emissionen, aus der Emissionsbewertung. Und dann wird man noch den nachliegenden Handel mit einbeziehen, um sozusagen von Cradle to Consumer die volle Kette in der Bilanzierung durchgängig zu haben. Nun, Glück, auch ein bisschen Zufall, muss ich schon sagen, dass wir vor zehn Jahren damit begonnen haben, in Österreich mit fast allen oder eigentlich mit allen großen Molkereien Netzwerke zu erstellen von Milchviehbetrieben, die gemeinsam bereit waren, mit uns Ökobilanzierungen zu machen. Weil das ist das Werkzeug, das Sie eigentlich brauchen, wenn Sie über Emissionen und nicht nur über Treibhausgase, sondern auch über andere Emissionen gut Bericht erstatten wollen. Diese Ökobilanzierung, die haben wir im letzten Jahr abgeschlossen, gemacht hat als die Forschungsgruppe Ökoeffizienz, wo ich auch mitarbeiten darf, und haben uns dann zusammengesetzt und haben aus diesem nationalen Datenschatz ein Bewertungsmodell erhoben. Und natürlich mit den klassischen Methoden, die wir in der Wissenschaft verwenden, ein bisschen was werde ich zeigen. Und waren dann aber sehr stark darauf fokussiert, nicht damit zu enden, dass wir sagen, in diesen 344 Betrieben haben wir dieses und jenes Ergebnis erzielt, sondern wir haben die Ergebnisse so gestaltet, dass wir sie mit den nationalen Verwaltungsdaten der einzelnen Betriebe, das kennen wir, also da können wir in Gumpenstein im Rahmen von Forschungsprojekten darauf zugreifen, hochzurechnen. So dass wir also ein wissenschaftliches Ergebnis haben und dann ein prognostiziertes Ergebnis für ganz Österreich. Gemacht haben wir das, weil wir eigentlich in ein faktenbasiertes Handeln kommen wollen. Und die Ergebnisse, die ich Ihnen heute zeige, werden neue Fakten bringen, vielleicht für den einen oder den anderen. Und dann ist es schon leichter, neue Handlungsagenten danach auszurichten. Bedanken möchte ich mich aber so im zeitlichen Kontext ansteigend bei der Enstallmilch, das ist unsere Hausmolkerei, bei der Salzburgmilch, bei der Obersteirischen Molkerei, der Gmuntner Milch, der Kärntner Milch und bei der Berglandmilch, die wir, wie Sie sehen können, in der Zeit zwischen 2017 und 2023 dieses Projekt immer so in kleinen Schritten unterstützt haben. Was bedeutet hat, dass die Hofberater mit den Bauern gesprochen haben, und wir versucht haben, den bäuerlichen Betrieben die Ökobilanzierung schmackhaft zu machen. Den glauben Sie mir, geschätzte Damen und Herren, das ist eine Menge Arbeit. Wir müssen das Verständnis transformieren zu den Bauern oder zu den bäuerlichen Betrieben. Dann müssen die Daten in der notwendigen Qualität zur Verfügung stehen, einmal überhaupt am Bauernhof. Und dann treffen wir immer unsere Kunden, sage ich dann, an drei Abenden jeweils zwei Stunden zu einem Datenerfassungskurs. Und dann müssen die geschätzten Teilnehmer meistens noch einen halben Tag, mindestens selber Daten eintragen. Also sind Mannmonate oder Fraumonate im großen Umfang in dieses Projekt hineingeflossen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir am Ende ein subsummierendes Ergebnis für Österreich bekommen. So schaut die Daten, die räumliche Datenverteilung dieser Betriebe aus. Also Sie alle, die Sie ja die großen Milchgebiete in Österreich kennen, können sehen, dass das dort, wo viel los ist, ist es so dichter wie in anderen Regionen. Wir haben in diesem Jahr weitergearbeitet. Gerade vorgestern habe ich in Bregenzer Wald ein Projekt fertig gemacht. Kollege Fritz arbeitet sehr intensiv im Bereich Lilienfeld mit der NÖM, um dort auch diese Lücke noch zu schließen. Und wir werden auch nicht aufhören damit. Also wir werden nicht ändern, mit diesem Netz zu verdichten, sondern es ist unser Wille, hier noch dichter zu werden. Nun zu den Fakten. Wir haben 936 Kontakte hergestellt zu Betrieben. 719 Betriebe haben immerhin angefangen, einmal mit uns zu arbeiten, haben also einen Account angelegt in Farmlife. Das ist unser Ökobilanzierungstool, das wir haben. 440 haben fertiggestellt. Und davon haben wir 344 herausgenommen, um unsere Analyse zu machen. Das sind nicht die 344 Besten oder so irgendwie, sondern die Differenz zwischen 344 und 444, also 440, diese annähernd 100 Betriebe, da geht es um Betriebsabgrenzung. Viele Milchviehbetriebe haben auch noch einen bedeutenden Mastzweig dabei oder Ackerbau. Und wir wollten am Ende hier in dieser Analyse Betriebe haben, die sehr dominant in der Milchproduktion tätig sind, weil das Zuordnungsproblem von Betriebszweigen ein großes ist in solchen Projekten. Dann haben wir eine Regressionsanalyse gemacht und natürlich könnte man die beliebig komplex machen. Wir haben 300, 400 Parameter, die wir haben. Und es gibt bestimmt bessere Schätzer als die, die ich jetzt hier genannt habe. Aber diese Schätzer, die fixen Effekte des Managements, also biologisch oder konventionell, beziehungsweise die Lage, die virtuelle Lage, wenn man so will, Berghügel und Tal, die wir immer berechnen über die Flächennutzungsanteile von Dauergrönland, Silomais und Ackerbaufähigkeit auf den Betrieben, waren also unsere fixen Effekte. Die finden wir auch in den Wegkostdaten der österreichischen Landwirtschaft. Also können wir das dann später für jeden Landwirt berechnen. Und der wahre Variable Effekt drinnen ist die Lieferleistung am Betrieb. Natürlich kennen wir auch die Anzahl der Milchkühe. Wir kennen auch Alpungsdaten von den Bergbauern und dergleichen, die wir hier noch einfließen lassen können. Sodass wir am Ende eigentlich aus unserer Lernstichprobe 324.417 Milchviehbetriebe auf der Basis von Invecos bewerten konnten. Und dann sage ich es noch einmal, was wir eigentlich gemacht haben, war ein Modell zu erstellen und aus diesem Modell dann eine Hochrechnung oder eine Prognose, wenn Sie so wollen, zu machen. Wir hatten Glück, muss ich sagen, weil es war nicht planbar. Man würde sich als Wissenschaftler so etwas wie eine geschichtete Stichprobe wünschen, wo man alle so Aspekte, die man so hat, schon von vornherein abdeckt. Das konnten wir nicht. Wir waren froh über jeden, der mitgemacht hat. Und Sie können hier schon im Säulenvergleich in der linken Abbildung sehen, dass also was die Flächennutzung betrifft, dass unsere Probe hochrepräsentativfähig ist. Also die Gebiete konnten wir ganz genau abdecken. Die Säulen gehen nicht weit auseinander. Im Bereich der Produktionsdichte, hier einmal dargestellt, in einer Abbildung durch die Lieferleistung, da sehen Sie, dass also die konventionelle Landwirtschaft im Berg und Hügel, da hatten wir etwas bessere Betriebe, als sie im Durchschnitt sind. Aber der Rest passt ganz gut. Wir sprechen trotzdem von einer repräsentativen Stichprobe, weil die Abweichung nicht sehr groß ist und das stört uns auch nicht ganz so stark, weil in Wirklichkeit ist es uns nicht darum gegangen, irgendeine Tabelle zu machen, sondern wir wollten Funktionen ableiten. Und da war es eigentlich nur wichtig, dass aus allen Bereichen der Datenverteilung Betriebe drinnen sind und das ist uns sehr gut gelungen. Nun, zur Ökobilanzierung. Das ist ja nach dieser Klassifikation das wichtigste Werkzeug. Sie müssen wissen, die Ökobilanzierung braucht immer so etwas wie Goal and Scope, also einen Rahmen und eine Fragestellung, nach der sie durchgeführt wird. Der Rahmen bei uns ist die Produktion der Landwirtschaft, der Milchwirtschaft in diesem Fall, bis zur Hofdorgrenze. Es werden berücksichtigt indirekte Emissionen, die dadurch entstehen, dass der Betrieb Inventar besitzt, dass er Betriebsmittel zukauft. Also das sind Dinge, die von außen kommen. Bei diesen indirekten Emissionen entsteht die Emission nicht am Hof. Die Bauern fragen uns dann manchmal zum Beispiel, da gibt es einen Parameter, der heißt Abholzung. Ich habe nichts abgeholzt auf meinem Bauernhof. Das ist aber eine indirekte Emission, die zum Beispiel im Zusammenhang steht mit dem Landverbrauch der fossilen Energiegewinnung zum Beispiel, damit Sie das verstehen können. Dann haben wir natürlich die direkten Emissionen. Da sind wir alle Profis. Also wir wissen, wie man Methan berechnet und CO2-Verbrauchszahlen errechnet aufgrund vom Diesel- oder Lachgas, wenn wir mal jetzt im Treibhausgasbereich sind und können natürlich auch im Feldbau gute Werte erheben. Wenn das alles gemacht ist und die Kreisläufe am Betrieb berücksichtigt sind, dann kann man sich dem Ziel, dem Produktion Ziel zuwenden. Das ist, wie gesagt, ganz allgemein bei Farmlife können das pflanzliche oder tierische Produkte sein. Bei uns gibt es einen großen Fokus auf die Milch und darum gibt es auch eine Allokation. Das ist der Fachbegriff, den man in der Ökobilanzierung für Zuordnung verwendet. Und Sie sehen da noch die Modellanpassung, ein Sternl. Das ist ganz wichtig, weil in unserem Handlungsfeld hier in Europa diese Richtlinie der International Dairy Foundation so wichtig ist, die haben eine eigene Ökobilanzierungsrichtlinie erlassen und an die muss man sich, wenn man sich vergleichen will, auch anpassen. Interessanterweise sind dort die Vorleistungen von Maschinen und Gebäuden nicht drinnen, sage ich Ihnen mal. Und dann ist es so, dass man Ende braucht. Man ist immer die Frage, was soll die Produktion hervorbringen? Das nennen wir funktionelle Einheit und das kann einmal ein Kilogramm an Milch sein, FBCM, kann aber auch und soll auch die Landnutzung sein, zum Beispiel mit einem Hektar. Geschätzte Damen und Herren, da gibt es einen fetten Forschungsbericht zu dieser Präsentation. Ich kann jetzt nicht auf alles eingehen, aber exemplarisch möchte ich Ihnen noch zeigen, welche Parameter wir haben und was wichtige Aspekte sind, bevor ich zum Ergebnis komme. Nun, Sie sehen, wir befassen uns, auch wenn ich jetzt viel über Klimaschutz gesprochen habe, bei Weitem nicht nur um den Klimabezug, der ja im Allgemeinen nach den IBCC-Richtlinien mit dem Treibhauspotenzial bewertet werden muss. Meine Meinung dazu habe ich bei der letzten Wintertagung geäußert. Das ist schlechter als gar nichts. Also, nein, es ist gar nichts. Dieses Treibhauspotenzial ist einfach eine wissenschaftliche Fehlleistung, muss ich sagen. Und umso mehr ich darüber nachdenke, umso mehr ärgere ich mich. Viel besser wäre das Erwärmungspotenzial oder für diejenigen, die vielleicht schon ein bisschen eine Expertise haben. Wir bräuchten eigentlich nur beim Strahlungsantrieb in der Atmosphäre bleiben. Radiative Forcing wäre der englische Begriff, weil das wäre eigentlich der Leistungswert in Watt pro Quadratmeter, um den es in Wirklichkeit geht, wenn es um Erwärmung geht. Gut, geschimpft genug. Wichtig trotzdem für den landwirtschaftlichen Betrieb sein Ressourcenbezug, auch nicht nur aus ökologischen Gründen, sondern auch aus rein ökonomischen. Wie schaut es denn aus mit dem fossilen Energieverbrauch? Der Phosphor ist wichtig, die Fläche natürlich. Wie schaut der Wasserverbrauch aus? Gerade in der Milchwirtschaft immer wieder mal ein mediales Thema. Die Abholzung habe ich schon genannt. Und dann gibt es noch herunten im unteren Bereich den Nährstoffbezug. Da brauche ich nicht sagen, der ist sowieso bei uns schon lange in Fleisch und Blut übergegangen. Und der Schadstoffbezug, das wäre so die Wirkung von Pestiziden und Schwermetallen. Und wie dieses Modell oder welche Ergebnisse die Modellbildung hervorgebracht hat, möchte ich hier dann trotzdem am Treibhauspotenzial zeigen, auch wenn ich so geschimpft habe drüber. Sie können sehen, dass also die Linien, die hier so nach oben nach unten verlaufen, unten auf der X-Achse haben wir die Lieferleistung der Betriebe von 3.000 bis 11.000. Sie können also sehen, dass also mit zunehmender Lieferleistung der ökologische Fußabdruck in Kilogramm CO2-Äquivalenten abnimmt. Aber Sie sehen auch eine Streuung zwischen den Regionen. Das heißt, dieser regionale Effekt oder auch der Management-Effekt ist natürlich auch gegeben. Für Sie ist es aber wichtig, dass Sie, wenn wir die zweite Achse oder die zweite funktionelle Abbildung, wenn wir uns die anschauen, das ist drüben sozusagen dieses zweite Bild, da ist ja wirklich nichts wert, der rote Punkt. Also da sehen Sie, dass mit zunehmender Leistung die Wirkung pro Hektar sich aggregiert. Die Botschaft kann also nicht lauten, wir müssen immer mehr produzieren, weil wir gesehen haben, das hat einen positiven Effekt auf die Ökologie von Lebensmitteln. Das können wir deshalb nicht sagen, weil auch wenn diese Kurve da nach unten geht, sie geht so wenig steil nach unten. Sie müsste viel steiler nach unten gehen, damit da drüben die Last pro Hektar konstant bleibt. Und am Ende geht es ja in vielen Bereichen des Umweltschutzes nicht so sehr um die Konzentration. Das brauchen wir halt dann am Markt, sondern eigentlich geht es um die Summe von Wirkungen am Ende des Tages. Wenn wir das jetzt noch einmal uns mit GTP anschauen, dann sehen Sie, dass das viel niedriger ist, habe ich aber schon gesagt. Wichtig ist, dass es aus der wissenschaftlichen Sicht immer zwei Dinge braucht, die wir berücksichtigen müssen, wenn wir so Umweltsysteme bewerten. Einmal ist es dieser Aspekt des Economy of Scale, das ist die Verteilung von Leistung auf Grundlasten, also bei uns in der Milchproduktion, der Haltungs- und der Leistungsbedarf, da haben wir heute schon ein bisschen was dazu gehört. Und dann gibt es aber noch zweite Aspekte, die einfach nur eine Aggregation bilden. Und wenn wir uns das gesamte Set, das wir in Österreich haben, anschauen, so können Sie sehen, dass nicht alle oder bei Weitem nicht alle Umweltwirkungen diesem Economy of Scale folgen. Manche schon, wie die Treibhausgasfrage oder die Nährstofffrage. Das glaube ich, da gibt es sehr tiefes Verständnis. Viele andere Umweltwirkungen gilt einfach, wenn wir mehr von diesem einem Stoff verwenden, dann haben wir halt am Ende des Tages mehr Wirkung. Die Streuung, zur Streuung des Systems, ich zeige Ihnen hier ganz große Tabellen mit vielen Daten in der Hoffnung, Sie können sie nicht lesen. Ich kann Ihnen nur sagen, es ist immer so, seine Umweltbewertung ist immer von großen Streuungen behaftet, weil der hof kann so einen großen, starken Einfluss haben, dass wir immer mit viel Streuung handeln müssen. Aber die gute Nachricht auf der anderen Seite ist, die gefundenen, bestimmenden Werte, die sind schon ganz gute Schätzer. Wir haben von einer Kreuzvalidierung Abstand genommen. 344 ist jetzt nicht die ganz große Zahl. Wir haben aber damit begonnen in der Zwischenzeit mit neuen Teilprojekten, das bisherige Ergebnis schon zu validieren. Das ist jetzt das erste Netz, das wir bewertet haben, seit wir die Arbeit geschrieben haben. Und Sie sehen, das ist zufriedenstellend. Die Streuung ist groß, aber die Gesamtentwicklung im Netz, die zeigt sich so, wie wir das wollen. So sind wir nun in der Lage im Jahr 2024 im Grund jeden Milchviehbetrieb in Österreich, jeder Region, die es will, jeder Molkerei. Man braucht es also nur auch suchen, nach welchen Kriterien man die Dinge zusammenzählen mag, 14 Umweltwirkungen zu nennen für die Milchproduktion in Österreich. Ohne da jetzt wieder im Detail einzugehen, aber stellen Sie sich das etwa so vor. Wir brauchen einige Esslöffel an fossiler Energie, um einen Liter Milch zu erzeugen. Wir brauchen eine Messerspitze an Phosphor. Wir brauchen ein paar Körnchen, wenn man das so will, also eine Messerspitze an Phosphordünger. Verlieren tun wir Phosphor wirklich nur ein paar Salzkörner, so in dieser Größenordnung. Wir haben einen CO2-Fußabdruck von etwa einem Kilogramm CO2-Äquivalente pro Liter Milch oder von 0,36, wenn man die bessere Metrik verwendet. Diese Daten sind beeindruckend, machen aber erst dann Sinn, wenn wir sie in die internationale Literatur einreihen. Ich habe das jetzt wieder nur für das Treibhauspotenzial hier gemacht. Das ist also eine global sehr neue Literatur, die global verfügbar ist. Ich habe jetzt gar noch nicht alle Quellen drauf, die wir uns so angeschaut haben. Aber Sie können es, wenn man die Milchproduktion weltweit einteilt, grob so einteilen oder grob so unterteilen, dass wir Regionen haben, in denen die Milchproduktion einfach nicht funktioniert aus der Sicht. Das wäre so Saudi-Arabien, die Luzerne anbauen und so weiter, kennen Sie alle. Dann gibt es ein paar Regionen, wo die Standorte unbestimmt sind. Die Tropen sind kein wirklich guter Platz zum Beispiel, um Milch zu produzieren. Dann gibt es viele variierende Standorte mit schwanken Prozessen und oben, ganz oben, da gibt es Neuseeland und Österreich. Gute Nachricht. Das sind die guten Grünland-Standorte, die auch gute Prozesse haben und die deshalb sehr kleine ökologische Fußabdrücke zusammenbringen. Oder machen wir es noch einfacher im Schulnotensystem, weil das, was ich hier berichte, ist ja alles relativ kompliziert. Im Schulnotensystem wird es ein bisschen leichter. Wir kriegen einen 1er, ein sehr gut, bekommen wir für den Phosphoreintrag im Wasser. Wir haben bei der Treibhauswirkung einen 1er, beim blauen Wasser einen 2er. Abholzung und Ökotoxizität ist so ähnlich, dass wir beim Flächenbedarf schlecht sind. Eigentlich, Regenmann 3er, tut uns nicht weh, denn wir nennen das in Österreich Kulturlandschaftserhaltung. Und die Stickstoffeinträge in Österreich ist auch deshalb etwas höher, weil die Niederschlagsverteilung in Österreich im Nordalpinenbereich hier einen gewissen Einfluss hat. Nun möchte ich abschließend die letzten Minuten dazu nutzen, Ihnen zu erklären, warum wir so gut sind, weil das ist eigentlich die Kernbotschaft, die ich bringen will. Wir sind deshalb so gut in vielen Umweltwirkungen, weil wir ein tolles Grasland haben. Also es ist gut, wenn man schon irgendwo eine Wiese hat, auf der Gras wächst, dann ist es gut, wenn sie in Österreich ist. Denn es regnet viel bei uns, es ist noch recht sicher, Trockenheiten werden zunehmend kleinregional ein Thema, aber im Großen und Ganzen ist es immer noch erfreulich. Wenn man sich so ein gutes Stück Grünland anschaut, dann stellt man ja fest, wenn man einen Wiederkäuer hat, dass das auch sehr produktiv sein kann. Alles, was dort wächst, kann verwertet werden, es gibt viel Eiweiß und auch eine Menge Futter dort. Das ist das Erste. Das Zweite ist, unsere Kühe sind leistungsfähig genug. Das ist ein schwieriges, ein glatteis ist das für mich immer. Denn leistungsfähig genug heißt, im globalen Kontext, die brauchen keine Zugarbeit mehr leisten, sie sind gesund und so weit. Das heißt, sie können also Milch produzieren. Zugleich möchte ich auch schon feststellen, dass wir an der Effizienz der Leistungsfähigkeit nicht besonders erfolgreich gearbeitet haben. Das wissen Sie, die Tiere wurden zwar größer und geben mehr Milch, aber pro Kilo Futter, und dieses Futter habe ich ja schon gezeigt, wie wichtig das ist, sind sie nicht wirklich viel besser geworden. Schön, dass wir irgendwie bei unserem Leisten geblieben sind, wenn man in der Sprache des Schusters spricht. Wir wollen noch nicht in der österreichischen Gesamtherde nicht gar zu viel von unseren Kühen. Also die Milchleistungen, die wir abliefern an die Molkereien und die auch in der Zuchtwertschätzung oder in der Zuchtkontrolle erhoben werden, sind ja immer noch vergleichsweise niedrig im Vergleich zu anderen Ländern, mit denen wir im Wettbewerb stehen. Die Tiere sind gesund. Es zahlt sich sicher aus, in Tierwohl zu investieren. Da bin ich unbedingt dafür. Das ist eine Sache, die wirklich zur Effizienz führt. Wir hatten Glück, dass wir vor 10, 15 Jahren diese Gentechnikfreiheit in Österreich eingeführt haben. Denn weil das so ist, haben wir heute auch keinen Rucksack, aus diesem Landnutzungswandel mitzubilanzieren. Und vergisst man oft, wir haben extensive Reserveflächen mit unseren Almen, die eigentlich keine kaum ökologische Belastung haben, aber eine leichte oder eine zwar geringe, aber doch Produktivität hervorbringen. So möchte ich Ihnen heute hier zurufen, die gute Stimmung nach dem Mittagessen, trinken Sie Milch aus Österreich oder stehen Sie für Milch aus Österreich, denn sie ist gut zur Umwelt und sie ist bestimmt auch gut für dich, wenn du dich vernünftig damit ernährst. Herzlichen Dank.